Musik Jo, hi, hier sind Bockfors, Stevie und Kunran und wir stellen euch heute das gerade erschienene GTA vor. Jo. Nobody tells me what I want! To torture me over mistakes I made over a decade ago! You're back in the game? I guess. Yes! Woo! Welcome back, man! We're all professionals, we all know the score. This is legit business. All 01Ks, tax returns and all. We're gonna move quick, and we're gonna keep cool. My job, my score, get your own! You are alone, you pathetic psychopath! Buzzer-boop-hugs out of the questions. We start right now, it's already going right here. With the explosion, it's about nine years before the story starts. Shut the fuck up! Wir fangen vor allen Dingen heute auch, ähm, vom Start an, wir haben erst überlegt, ob wir euch was zeigen, ähm, aus der Mitte des Spiels haben wir mal gedacht, ähm, der eine oder andere von euch hat's vielleicht noch nicht gesehen, den Anfang. Javi zum Beispiel auch gar nicht... Nein! Den Anfang, den hier! Ja, den Anfang! Doch, doch, den kenn ich schon! Oh, den kenn ich schon, aber du hast es noch nicht gespielt! Nein! Nein! Ja! 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 Ja, das war auf jeden Fall, mit dem Handy kann man schon einiges machen. Machst du ein Totschläger? Ja! So was, was du vor kurzem noch benutzt hast! Das wollte ich auch noch sagen, also tatsächlich kann man mit dem Handy in dem Spiel mehr machen, als mit dem Handy, das ich vor kurzem noch hatte. Das ist tatsächlich so. Ja, wobei das, was gerade noch im Einsatz war, in etwa da im entsprechen dürfte. Ja, das ist ungefähr mein Handy gewesen, aber mit dem kommt man leider keine Bomben ziehen. Och, klar! Och, damit kannst du Bomben ziehen. Hast du auch gut? Ja, klar. So. Einmal Geld einsammeln. Oh, ich hab' los. Jetzt geht's schon los, ich hab' schon los. Hast du auch einen guten Problem? Hier war' kein Problem. Ich hab' gebraucht. Ein Glas ist dein. Was ist das? Wen spielt man da jetzt? Also man fängt tatsächlich jetzt mit Michael an. Ja, richtig. Wir haben eben mit Michael angefangen und jetzt die anderen gleich schon die erste Fähigkeit, oder was heißt Fähigkeit kennen. Aber den Charakterwechsel. Genau. Also wir sind quasi gerade der, der festgehalten wird und da wir uns nicht wehren können, wechseln wir jetzt einmal den Charakter. Sind dann auf der anderen Seite. Habe ich jetzt Michael erschossen? Ja, ich hab Michael erschossen. Ja, das war's! Oh, M ist ho! Das war sehr gut. Der Vorführer-Effekt. M ist tot. M ist tot. Das ist, muss ich sagen, ein Manko an GTA, das ist einfach dieses Steuerkreuz. Ja, du hast den weißen Punkt zu kaufen. Ja, das sieht man fast gar nicht, das stimmt. Jetzt hab' ich... Jetzt hast du... Ich war auch links drüber! Oh, du warst schon wieder M erschossen! Ich hab... Ich hab in die... Achso, 8 wahrscheinlich schon erschossen. Also während Kundran noch siebenmal die Mission jetzt vergleicht, kann ich euch schon mal sagen, wir nehmen jetzt am Samstagabend auf. Am... Am... Welcher haben wir heute den 20... 21... Ja, ich hab frei, dann können wir die Daten herstellen. Ja, ich auch nicht. Ich hab auch rein. Am 29. Nehmen wir auf. Am 17. Ist das erschienen. Und hatte gleich am 17. 9. 800 Millionen US-Dollar eingespielt. Was schon bemerkenswert ist, da das Spiel selbst 265 Millionen gekostet hat. Ja. Also ich hab gleich am ersten Tag schon die Kohle reingeholt. Ja, vergleichbar mit einem normalen Spielfilm, ne? Wie man es heute kennt, die Spielfilme kosten. Genau. Die wurden dann schon wieder reingeholt. Vorhin gesagt, Harry Potter, der Halbpunktprinz. Er hat 300 Millionen gekostet. Und Spider-Man 3, 260 Millionen. Das ist Wahnsinn, weißt du? Und das könnte ein Spiel. Ja. Wie? Nochmal zum Vergleich. Call of Duty Black Ops 2 hat am ersten Tag nur 500 Millionen. Nur in Anführungszeichen. Wobei, bei Black Ops muss man wieder sagen, du bekommst jetzt nicht bei der Call of Duty Reihe. Du hast jedes Jahr ein Spiel rausgekriegt, ne? Also GTA hat sich ja jetzt doch schon ganz schön lange Zeit gelassen. Ja, also Black Ops 2 ist dann aber noch zusätzlich für den PC auch noch erschienen. Und wenn man dann auch das auch noch mit einem bezieht, ist für eine Plattform noch mehr erschienen. Wir können übrigens schon mal hier das Gesicht merken, was wir hier gerade im Bild haben. Dann werden wir uns wieder auch noch mal wieder sehen. Wenn ich euch nicht so noch verraten darf. Genau, und halt die Besonderheit bei GTA 5, dann sieht man hier schon, dass man halt dieses Mal drei Hauptcharaktere, ich will jetzt einfach mal spielt, aber zwischen denen man immer mal wieder wechseln kann. Ja und jeder hat zu seinen eigenen persönlichen Eigenschaften nicht. Genau, richtig. Richtig, also das ist gerade für den Anfang relativ entscheidend. Später können alle Charaktere mehr oder weniger alles gleich, wenn man es ihnen antrainiert. Aber ich sag mal, wir haben dann einen, der am Anfang besser Auto fährt, wir haben einen, der besser fliegen kann. Wir haben dann Schützen dabei. Also, alle haben ihre Fähigkeiten. Wir haben zum Ende hin dann quasi abnimmt, weil, ich sag mal gesagt, alle alles können. So, je nachdem wieviel Zeit man in ihr Training reinsteckt. Jetzt ist natürlich bei der Oberfläche für mich eine Frage, ich hab GTA vor noch nicht gespielt. Das unten rechts, ne? Ja. Der Kalkopf jetzt. Das ist jetzt... Was sagt mir das Kreis gegen da unten rechts? Den könnte ich quasi wechseln. Den hätte ich wechseln können gerade. Der stand noch mit zur Verfügung. Achso, und der hätte jetzt eine bessere Position wahrscheinlich gehabt, um da was ausrichten zu können. Momentan ist das eigentlich relativ unentscheidlich. Ich mein, die stehen... Wir kämpfen ja alle gegen die Polizisten. Ähm, wer jetzt eigentlich hier dann schießt von den dreien, nimmt sich nicht besonders viel. Ähm, ja. Ja, da hat man halt drei Hauptcharaktere. Einmal Michael. Das ist, ähm, der spielt... Der Herr, den ich am Anfang hab dreimal erschießen lassen. Genau, richtig. Der jetzt in drei Mal gestorben ist, das ist Michael. Der liegt in einem Zeugenschutzprogramm. Er hat halt mit diesem Deal, den wir gerade sehen, richtig gut Kohle eingesamst. Und, äh, eingesamst, ja. Tja, wie hat's denn jetzt verdammt? Eingeamst. Äh, eingehamst. So. Heißt du's eingehamst? Eingehamst, ja. Eingehamst. Und jetzt, was denn sonst? Eingeheimst. 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 Ist jetzt auch egal? Wenn du... Eingeheimst. Eingeheimst. So. Eingeheim. Super. Aber ich Warte jetzt sehr viel Geld. Er hat dann halt auch eine gute Wohnung in Vinewood, so sag ich mal das Hollywood von Los Santos. Er hat aber halt sehr Probleme mit seiner eigenen Familie. Also seine Frau gefremd, also sein Sohn, macht nichts, sitzt den ganzen Tag zuhause nur rum. Ja, die Tochter, Drogen und Drogen, genau. Und die Tochter halt möchte halt bei Fame oder Shane, das ist halt sowas wie American Idol, halt berühmt. Ja, wenn man das damit vergleichen kann. Ja, oder nicht? Da wäre ein Pornodarsteller so halb gekraft, würde ich sagen. Okay. Spoilert ihr jetzt schon gerade ein bisschen? Nein, müssen wir das... Oder woher wisst ihr das alles, dass es ein Pornodar-Casting ist? Ja, das ist eigentlich die Grundgeschichte eigentlich. Okay, aber das kommt auch. Das sieht man nicht. So. Dann hat man halt noch Franklin. Da ist ein Afroamerikaner, der wohnt halt so im Mittelstand, würde ich jetzt sagen. Na, das ist schon eher eine Unterschicht. Untere Mittelstand, sagen wir mal so. Ja, das ist fast komplett Unterschicht, würde ich behaupten. Wohnt da einer? Oh Jesus! Ist das deren Haus? Ja. Okay. 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 Also Mittelstand. Genau. Und Franklin wohnt halt noch zu Hause bei seiner Tante. Und möchte halt eigentlich gar nicht so groß Verbrecher sein. Im ersten Moment wird dann halt mehr von seinem Kumpel da mit reingezogen. Diese ganze Geschichte. Ja. Und wie Björn gerade spielt, äh Entschuldigung, der gerade spielt, ist Terror. Das ist eher so ein bisschen in der Irre, ne? Genau. Ein absolut Irrer. Ein Irrer Irr. 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 Sauerst Drohärter im Garten Und der wohnt halt wirklich außerhalb von Loss xAntos und ist ja die absolute Unterschicht. Der wohnt in irgendwie som Wohnmobil, ins Trailer-Park. Ja, wobei man ja schon sieht, quasi er ist der einzige von den Bankrobern, der hier entkommt. Die anderen beiden wurden angeschlossen und dementsprechend auch von der Polizei gekasst. Richtig, genau. Ähm, ja. Auf den trifft man auch erst relativ spät in der ganzen Story. Jo, das war quasi jetzt die Einleitung vom Spiel. Und jetzt sind wir gleich wieder, ähm... Jetzt haben wir erst die Beerdigung. Stimmt, jetzt haben wir erst die Beerdigung. Stimmt, jetzt haben wir erst die Beerdigung. Nicht immer ein guter Bürger. Ja, Respekt. Er hat nicht sterben, ein Heros. Aber er war ein Mann. Naja, da sehen wir schon. Michael ist gar nicht tot. Richtig. Michael ist nicht tot. Aber wer liegt denn jetzt da drin? Ich denke mal gar keine. Jo. Grandcept Autofax. Okay, aber ich finde, das Anfangslevel finde ich richtig gut eigentlich. Also man merkt von Anfang an, dass es ein GTA ist auf jeden Fall. Ja. Es spielt sich absolut wie ein GTA. Man hat diese schönen Steuerprobleme, wie ich eben am Anfang hatte. Die typisch sind für ein GTA. Ja. Ja. Also... Es liegt nicht an Kondram, es liegt am Spiel. Ach, es liegt auch an mir, aber... Ja. Wie wenn er sagt, wo wir lang zu gehen haben. Ja. Es liegt... Wenn, dann betrifft es uns alle hier. Ja. Wer auch Diablo schon von uns gesehen hat, Kondram hat nie Schuld. Nein. Jetzt erfahren wir auch direkt was über Michael in Osbock, wo es eben schon erzählt hatte. So ein bisschen. Er sitzt da gerade bei seinem Psychiater und erzählt von seinen Problemen. Das hat die Stadt deciphered. Und was für dich? Was für mich? Was für mich? Hey. Ich keine Vorteile dieser Kind hat. K 곧 der Zeit seiner Zeit, ich bin in die PrisESE zwei Mal. Ich späckte Bank, ich flogge diecen, ich kaputt schangte Dope. Und du betrachten sie für die Erwartungen? Diese waren die Möglichkeiten, ich hatte. At least, ich habe sie genommen. Und wo haben diese Möglichkeiten, Michael? Sie haben mich gerade hier. Der Ende der Straße. Mit einem großen Haus und einem unbezüglichen Kind. Und ich spreche mit dir, weil niemand anderes eine Scheiße gibt. Oh, ich bin ein Traum, Baby. Und das Traum ist verletzt. Es ist verletzt. Let's alles aus. Es war doch wieder mal eine schöne Sitzung, ne? Ja, es ist verletzt. Einmal alles loslassen und eine Zeit ist um. Also wirklich hilft er ihm nicht. Und sechs zwei Wochen in Kraft ausdrückender Spiel ist ab 18 Jahre. So, jetzt lernen wir gleich den zweiten Charakter kennen. Und sehen davor erstmal ein wenig von der Stadt. Ja, das Santos ist ja so ein bisschen L.A. nachempfunden worden, oder? Sollte es jetzt so ein bisschen loslassen? Eigentlich ist das L.A. Okay, also... Kann man so sagen. Also natürlich sind dann halt... Hatte sie haben die natürlich ja gut an den Freiheiten genommen und das halt nicht 1 zu 1 übernommen. Aber, ähm... Das ist ja nicht zum Beispiel wie bei True Crime damals. Das war das ja Original aus Angeles. Da konnte man ja... Vom Spiel auch, wenn man ja die Straßenschilder, das war ja alles Original. Auch die Straßennamen hießen alle genauso. Das ist ja hier auch nicht so. Aber es ist schon gelaufen, dass irgendwie nicht los ist. Das hat den Walk of Pain und so alles. Hey? Ja. Und dann haben wir das. Mark Davis Produkts. Fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, would you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there. With the yellow stairs. Yeah. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Barbetier? Do some skywriting that reads. There's a couple of niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize that we ain't boosted. This shit is legit business. Yeah, and then they didn't do that. Oh yeah, I forgot her. 401, 30, taxi turns and all. Also, ich hab's vorher selbst schon ein bisschen gespielt. Ich hab die Tage irgendwann zu Michael gewechselt und wurde einfach nur, ja, kick dich Nigger angesprochen. Ohne, dass ich irgendwas getan hatte. Alter, was willst du? So nett war. Ich denke mir, dass ich auch so aus, dass ich dieses Filme gemacht habe. Also, semi-roll. Aber ich merk schon, hier sind Kraftausdrücke erwünscht. Auf jeden Fall. Was ich auch relativ genial gemacht habe, ist einfach der Slang. Man hört den beiden an, dass sie quasi, ja, fahren. Die Sprecher sind schon recht professionell. Also sind ja teilweise auch echte Gangster dafür gecastet worden. Also teilweise richtige Kriminelle oder Ex-Kriminelle, sag ich mal. Die Sprecher. Echt? Ja, das ist wirklich ein Gag. So, das sieht natürlich jetzt schon wieder richtig gut aus, was jetzt kommt. Das sind so die kleinen Details, die ich richtig klasse finde. Mal eben das Verdeck runterlassen, ist ja das schon cool. So, und dann guck ich mich fertig, ständig abzuschüttel. Ich steuere dir jetzt an. Also nicht alles, mich spoilern. Du hast eine Chance. Du musst mir jetzt die Sprecher halten. Oh! Ich hatte die Kurve nicht mehr in Erinnerung. Aber die Autos können rein. Also an deiner Stelle hätte ich jetzt gar nicht gesagt, dass du das Spiel schon mal gespielt hast. Ach klar. Ich hätte gesagt, es ist das erste Mal. Du spielst. Du spielst. Uh. Macht nichts, macht nichts. Das Spiel gibt es auch in drei Editionen. Einmal die Standard Edition, dann die Special Edition und die Blacklist Edition. Wenn mich interessiert, was in die Blacklist Edition drin ist, ist dann das Kundern noch mal ein extra Video für euch ausgepackt. Das könnt ihr euch jetzt schon anziehen. Ich weiß, es klingt wie eine Ausrede, aber es ist nochmal ein Unterschied, wenn man es auf hohe Auflösung spielt oder eben so wie wir jetzt, da es auf die Playstation spielen eben nicht über HDMI anschließen können. Das merkt man doch nochmal eindeutig beim Spielen gerade. Jetzt werden sich Leute fragen, warum können wir es nicht überhandeln in den Spielen? Grunde. Ja, weil das die liebe Playstation hat leider nicht erlaubt. Ja. Du meinst mit dem Streaming-Programm, was sie benutzen. Das ist Capture-Programm. Ja, allgemein, die Playstation erlaubt es nicht, das HDMI-Signal abzugreifen. Ändert sich zum Glück mit der 4, das haben wir ja schon angekündigt. Müssen sie auch, weil ich meine, es gibt keine Ahnung. Weißt du, konzentrier dich doch am besten aufs Fahren. Nein, das ist nicht. Dann merkt man meine Unfähigkeit noch mehr hier. Was es nette ist, in fetten Kurven sogar extra langsam vor dir. Immer so, wenn du so ein bisschen abseits gehst. Ach, Bansch tut er nicht. Oh, das war aufgelost. Man kann übrigens mit dem linken Stick, kann man das Auto im Flug noch manövrieren. Gegeben, nach wo und runter ist, dass man halt samt landet. Ja, oder auch nicht. Oder auch nicht. Aber man könnte. Okay. Darüber hinaus, wir machen jetzt ein circa halbestündiges Video über GTA. Wir werden aber wahrscheinlich nicht alles schaffen, alles zu zeigen. Da gibt es so viele Freizeitmöglichkeiten. Ihr könnt zum Beispiel Tennis spielen, ihr könnt Golf spielen, ihr könnt ins Kino gehen, wo tatsächlich ein sehr schlechter Film, der glaube ich aber auch extra schlecht sein soll, gezeigt wird. Was heißt, ich hatte dann... Warst du schon mal im Kino? Nee, Kino habe ich tatsächlich noch nicht mehr angeguckt. Was ich schon gemacht habe, ist Tennis spielen. Was ehrlich gesagt echt gut gelungen ist. Ja, also ich war auch verblüfft, also wie gut Tennis gelungen ist. Ich spiele ja sonst auch so Bildscher Tennis und so die Geschichten, das kommt dann natürlich nicht dran. Ist klar, aber von der Steuerung könnte das doch schon recht gut sein. Was? Was? Das spielst du? Das spielst du? Wildscher Tennis, ja. Ich spiele auch Wildscher Tennis, ja. Ich spiele auch Wildscher Tennis, ja. Ich spiele auch teilweise sehr gerne. Mhm. Es gibt auch wirklich alle Freizeitgeschäftigungen. Man kann doch Yoga machen, man kann Golf spielen. Ähm, ja. Es gibt alles gefühlt. Es gibt alles gefühlt. Genau, Yoga? Äh, nicht später auf. Ich spiele auch noch zwei gescheitert. Wie hieß der jetzt? Nee, doch. Nee, das ist Franklin. Das ist Franklin. Lass mit Franklin mal nachher Yoga machen. Ah, das schaltet man leider erst relativ spät vor allem. Ja, 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 ja. Aber ich sag mal, wir werden ja doch die ein oder andere Folge vielleicht später auch nochmal nachliefern. Genau, das liegt an euch. Wenn ihr noch mehr von GTA sehen möchtet, dann machen wir das natürlich. Du hast jetzt zwei Sternchen. Wenn ich richtig fliege, dann bedeutet das, das ist so gesehen ein Aufmerksamkeitsregel, oder? Ja, das ist die Polizei, die mich jetzt hier verfolgt. Ähm, je mehr Sterne man hat, desto schwerer wird man die Polizei los. Ähm, war quasi ja schon immer bei GTA. Ja, da ist das Problem im Innenhof verfahren. Ähm, hoch, oh, oh. Was aber neu ist jetzt, oder ich weiß nicht, ob es im GTA 4 schon drin war, weil ich zwar aus Erinnerung gestrichen habe. Entschuldigung, er ist schon wieder auf dem Unfall. Ja, ähm, er will die armen Menschen halt einfach nicht überfahren. Ja. Ist nämlich, dass man auch drei Sterne, wenn ich sogar, ich weiß, bei vier Stern, kann man die Polizei auch loswerden, ohne dass man das Auto umlockieren muss. Ja, absolut. Das fand ich hier schon gefühlt neu. Ich weiß nicht, was sind hier auch so. Ähm, oh Gott, da habe ich ehrlich gesagt relativ wenig Erinnerungen noch dran. Sagen einfach mal, das ist neu. Wir können uns immer noch korrigieren. Also man bekommt sie vor allem noch relativ sinnvolllos. Ich hatte es jetzt die Tage, schön Licht ausgemacht, am Auto in eine dunkle Ecke gestellt und dann einfach gewartet, bis die Polizei quasi mich nicht mehr gesehen hat. Ähm, wird sie wirklich sinnvolllos. Das heißt, sie suchen einen dann noch wirklich explizit. Aber man hat auf jeden Fall die Chance, sie loszuwerden. Stimmt, stimmt. Ja, das finde ich auch. Ich hatte auch nie das Gefühl, dass sie zu viel oder zu wenig suchen. Ne, absolut nicht. Also das stimmt. Also die gucken jetzt auch nicht, wenn man ein wirklich gutes Versteck hat, die gucken nicht überall nach. Also ich habe es genau umgekehrt gesehen. Ich habe jetzt auch schon ein Video gesehen, da hat er in kürzester Zeit vier Sternchen geschickt. Und er ist glaube ich, lass mich lügen, ich glaube 15 Minuten oder so hin und her gefahren, bis er die mal losgeworden ist. Ja, es kommt natürlich darauf an, wie man es anstellt. Wenn man immer weiter fährt, dann fährt man natürlich auch in neue Polizeiautos quasi rein. Genau, richtig. So, jetzt versuche ich mich hier gerade ein bisschen zu verstecken. Ich sehe ja auf der Minimap die roten Punkte, quasi auch mit dem Sichtkegel, den sie haben. Und auch nur darin sehen sie mich. Und man sieht, Kondran hat es geschafft, die Flugzeit so abzuhängen. So, weil die Sternchen weg sind, vergessen die nicht im Grunde, oder? Ja, dann ist tatsächlich so, als hätte man nie irgendwas in den Rauch begangen oder so. Dann können sie auch das Auto wieder sehen und es interessiert zu nicht. Zufälligerweise, es war wirklich jetzt unbewusst, stand ich direkt schon am Ort, wo ich das Auto hinbringen soll. Das ist ein Wunder, dass er das Auto, so wie ich es hier ihm hinterlasse, überhaupt abnehmen wird. Ich meine... Ja... Das Schwund ist überall. Man, es sieht immer... Du machst mir Gänse-Auto-Neo-Nazi. Ja. Es sieht in der Tat cool aus. Ja. Da geht's nicht zimperlich zu in dem Spiel. Das ist auch eine Person, die werden wir noch häufiger sehen in der Story. Ja, das stimmt. Das ist mir beim ersten Mal spielen selber gar nicht aufgefallen, dass der... Nee, mir auch nicht. Das ist mir jetzt irgendwo das Auto wieder ins Gedächtnis gekommen. Ah. Du bist jetzt... Wait... Wait a sec... 10 Minuten. Also, ich darf jetzt... Okay, ich bin im Zug. Mal gucken, ob du dich besser als auf dem Auto. Wir nächsten mal auf Bob-Wurst. Genau. Der Bob-Wurst. Der Bob-Wurst ist am Start hier. Und ich mach mich schon gerade sehr gut in dieser Zwischensequenz, finde ich. Ja. Hast du keinen? Ja. 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 Jetzt müssen wir leider einmal ins Movie wechseln, weil so kann ich nicht spielen. Was? Nee, ich kann das mit der Kamera... Die erste Trophy! Ja. Äh... Da. Und sonst wird das gar nichts. Also, man sieht doch, jeder Charakter hat ein eigenes Auto. Ja. Das quasi immer wieder kommt. Also, das kann man auch wirklich an irgendeiner Ecke stehen lassen. Und behält es eigentlich. Es kann höchstens mal sein, dass wenn man es an einer unwünstigen Stelle abstellt, dass es... Entschuldigung, so wie man es mir nicht. So kann man die 10 Minuten auch rumkriegen, ohne Scheiße zu bauen. Ich glaube, das musst du absichtlich. Ja, genau. Du hast... Nein! Du hast die Vibration ausgemacht. Was hat er gemacht? Er hat die Vibration des Controllers ausgemacht. Was? Was? Du kannst das ja gleich wieder einschränken. Ja, das ist was, was dazu gehört. Gerade wenn da Explosionen in der eigenen Umgebung sind und das Ganze dann gemerkt. Oder wenn man irgendwie über Hubbel fährt. Oder ein Auto anfährt. Ja. Es gibt schön auch an den Schnellstraßen, es ist an den Rändern immer so schön. Ja, so eine gerüffelte Strecke. Wenn man da drüber fährt, merkt, fühlt man das richtig schön in den Händen, weil man halt... Ja. Und... Ich fahr überall dagegen, er verfährt sich. Hallo. Ab zu Franklin! Genau. Ab geht's! Zu seiner Tante quasi. Jo, das ist unsere Garage, da können wir jetzt zum Beispiel dieses Auto drin speichern. Das wäre jetzt immer richtig. Wäre für dieses Auto jetzt eigentlich überflüssig, weil das Auto sowieso immer bei uns steht. Weil es eben unser Auto ist. Wenn wir aber irgendein besonders geiles, anderes Auto gefunden haben, das vielleicht sogar noch getunt haben, wird's halt in der Garage abgestellt und dann wird's gespeichert für uns. Das heißt, dann können wir da auch später wieder einsteigen und damit weiterfahren. Man kann später im Spielverlauf auch noch der Garage oder Zug kaufen. Schießende Satz! Mega! Was? Was? Das Spiel, das kam jetzt komplett an Cut raus, oder? Ja, das hätte ich ja. Also jedenfalls die Informationen, die wir bekommen haben. Was war das denn da im Hintergrund? Was war das denn? In Anime? Oder was soll das? Tatsächlich ist das so, besser noch als in GTA 4 die Fernseesendungen, die sieht man nicht nur in Standbildern, sondern auch wirkliche Fernseesendungen, sag ich mal, die es fürs Spiel gibt. Jetzt wird hier gerade gezeigt, was man in seinem Apartment oder beziehungsweise jetzt bei seiner Tante so machen kann. Gespeichert wird quasi am Bett. Man kann sich auch im Kleiderschrank andere Sachen anziehen. Ja, einmal kurz zeigen. Boah, kannst du einfach mal ein anderes Outfit gerade anziehen. Ja, ich hab standen, mich vor dem Kleiderschrank zu stellen. Hehehehe. 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 Hehehe. Hehehehe. 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 So, sind wir ja schon voll der Gangster. Können sich hier zum Beispiel hinsetzen, in unserem eigenen Fernseher. Oha. Die Tante, die willst wissen, ja. Ah, die Tante ist so ein bisschen merkwürdig drauf. Was auch neu ist, man kann jetzt sogar während des Fernsehens rauchen. Oh ja, mach mal. Mach mal. Schnapp an. Hehehe, das ist geil. Das coole ist natürlich auch... Aber wo ist der Fall denn dazu? Ist sie überhaupt an? Ja, ich muss sie erstmal ziehen jetzt hier. Ich höre auch keine Zigarette oder so. Hehehe. Ja, das ist ein Freund, ja. Ah, ok. Ah ja, jetzt nichts aber. Was ich auch cool finde, die Fernsehsendungen sind jetzt auch untertitelt. Also sonst war das ja nie so. Aber jetzt verstehe ich die auch. Hehehehe. 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 Aber wir merken jetzt schon ein bisschen, dass das keine übliche Zigarette war, sondern sonst hat sich ein Joint. Ähm. 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 Ich glaube wir werden da ganz schön... High. Aber war ja sicher noch drüber gescheuert, dass es zu... Ja, aber kommt mir das gerade nur so vor, das war gerade zu gruselig da im Fernsehen. Hehehe. Man hätte jetzt auf dem Fernsehkanal noch wechseln können, das habe ich jetzt nicht gemacht. Wir wollen ja ein bisschen Action sehen. Ich wollte sagen... Ja, aber so kriegt man... Das sind quasi die Heelkits, die da rechts einmal so schön am Blinken waren. Das heißt, wenn man mein Leben verloren hat, regeneriert man natürlich auch wieder, aber... doch automatisch auch, bloß dann halt nicht so schnell wie mit dem Kipfel. Ganz genau. Ganz genau. Ich ziehe nochmal, ähm, jetzt aber das Smartphone. Yeah. Da sieht man jetzt auch schon den Unterschied zum quasi von vor neun Jahren, wie sich die Handys weiterentwickelt haben in der Zeit. Genau. Vor allem, man hat hier wirklich, äh, E-Mails... Die Minuten gehen aber ganz schön schnell rum. Jetzt schon neun, zehn. Ja, das ist nicht Echtzeit, das stimmt. Man hat hier wirklich, ähm, kann man E-Mails abrufen, die auch sehr, weil ich sag mal, das sind so Textlogs, die man sonst bei anderen Spielen so findet, sind dann halt, hier ganz nett gemacht als E-Mail. Ja. Benachrichtigungen. Man kann auch sogar hier, man hat einen Kameramodus, wo man jetzt ein Foto schießen kann. Wie geil. Okay. Wie halt, äh, ein E-Mail hat sogar ein sehr umfangreiches, äh, Internet in dem Spiel, das ist auch alles schön, äh, dann überwiegend sogar alles auf Deutsch sogar übersetzt wurde. Hier kann man wirklich, äh, an der Börse tatsächlich spekulieren, an einer fiktiven Börse. Und auch da hat man quasi später Einfluss, das heißt man bekommt später Emissionen, wo man dann quasi weiß, okay, wenn ich die und die Tat begehe, wirkt sich das so und so auf bestimmte Aktien aus und kann dementsprechend quasi vorher Aktien kaufen, verkaufen und darüber halt auch nochmal Geld machen, neben den eigentlichen Missionen selbst. Richtig. Das ist wie der Quasen. Ja. Ähm, und vor allem hier, achte mal auf die kleinen Details, zum Beispiel jetzt hier der Mauszeiger, mit welchem Finger der hebt, das ist natürlich auch immer ganz witzig bei GTA. Das ist so wie Givi auch immer anzeigt, wenn sie irgendwas zeigen möchte. Ja. Das stimmt gar nicht. So gehen wir hier mal wieder raus. Ab und zu. Man kann sogar Hintergrund ändern vom Handy. Also man wird mit Details erschlagen, was man alles machen kann. Aber da sieht man ja schon wieder, wie viel Mühe die sich dann gegeben haben, so ziemlich viele Details auch umzusetzen. Genau. Man kann jetzt sogar hier die, genau, man kann jetzt hier sogar die Farbe einstellen. Oh, Pink. Lass, lass mal für Trevor Pink. Äh, Franklin. Ja, lass mal Pink an. Ich denke mal hier, Trevor, was los? So viel zum... Immer Blink-182 im Kopf. Trevor, das ist der Name. Der bleibt Hank. Immer... Was hängt hier am Streifen? Was ich hier ganz gerne schaffe, ist immer schön, das Auto so nur an der Wand zu parken, dass ich immer beim Einsteigen die Tür anhau. Jetzt kriegen wir auch schon einen Anruf, ähm... The market, my boy. Liquidity is a bitch. Get over here, so I can give you the new repo list. Mike Simon ist quasi der Arbeitgeber von Franklin. Wie ich es richtig verstehen habe, ich weiß jetzt nicht, aber ich glaube, wenn man geschafft hat... Man macht, äh... Also man holt Autos zurück, die halt, ähm... Wo halt die Zahlungen ausbleiben, also die Raten nicht mehr bezahlt werden. Ja, ob jetzt wirklich die Zahlungen rausgeblieben sind, oder ob er das nur so möchte. Also das... Bleibt mal dahingestellt, aber auf jeden Fall, ja. Ja, so, wenn man einen groben Umriss, sag ich mal so ungefähr, macht man das. Ganz normal. Und teilweise merkt man auch, glaube ich, dass das halt so echt hohe Zinsen hat, und halt schon... ...ein Rufer ist, also... Also ich sag mal, unser Arbeitgeber ist nicht unbedingt gerade in Enge. Nee. Ja. 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 Ihnen interessiert es eigentlich gar nicht, und gleich kommt wieder unser Konto. Ja. 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 Na, na. Ja. Ja. Okay. Hallo Lamar! Was ist denn noch? Was ist denn noch? Lamar ist quasi so der beste Kumpel von Franklin oder... Ja, wie soll ich sagen? Ja, jedenfalls so! Die dicksten Freunde sind auf jeden Fall so geil, die der feste Kontakt innerhalb zu haben. Ich bin so schwer, das zu tun. Big dog, big nuts! Wenn Names auf dem Bord sind, ich will meinen Namen auf dem Bord sehen, die neben mir sagen, Winner! Vielleicht nächstes Mal, hm? Ja, nechstes Mal, Simeon! Was ist denn heute? Ich brauche eine Re-Trial! Heute ist nichts, nur ein Fahrrad. Sie hat keine Payment gemacht. Einige Kind auf Vespucci Beach. Sein Name ist Esteban Jimenez. Ist er in einer Gang? Ich habe mich nicht gefragt, wenn er das Fahrrad gekauft hat. Ja, man merkt schon, was für ein Arschloch eigentlich unser Auftraggeber ist. Ja. Ich finde das nur so geil, dass der Simon sich da so übelst aufregt, dass er nicht an der Wand hängt. Ich meine, als hätte da irgendwie jetzt ne... Das Lamar war nicht Simon. Äh, Lamar, stimmt. Als würde er jetzt irgendwie einen Zusatzbonus dafür kriegen, oder so. So ein unbeschissenes Bild an der Wand. Für zu... Ah ja. Viel Gewertschätzung in unserem Leben. Mit dem wir eben zwei Autos quasi zurückholen oder klar, oder wie auch immer man es nicht nennen möchte, holen mussten. Ja, ist jetzt ein Motorrad an der Reihe. Genau, also Full Park Techno gespielt, GTA 5, eigentlich alles. Man kann ja nicht aufziehen, was ist alles, die wir im Grunde eher aufziehen. Das ist wichtig. Fahrräder, U-Boote, Boote, Jet-Ski, Flugzeuge, Helikopter. Oder haben sich doch übelst viele gefreut, die fliehen können sogar nicht. Ja gut, das gab aber schon länger. Also bei Vice City kannst du schon spielen. Und Brothauser. Aber halt nicht in dieser großen Auswahl, ne. Ich glaube bei Vice City gab es zwei verschiedene Hutschrauber. Zwei oder drei verschiedene... Achten Hutschrauber. Haben wir eigentlich schon so eine Spezialfähigkeit? Ich glaube ja, oder? Äh, ja. Also wir kennen es genau. Also jeder Charakter hat verfügt über spezielle Fähigkeiten. Ähm, bei Michael ist er so eine Bullet-Time wie bei Max Payne, kann man sich das vorstellen. Bei Trevor ist das ja so ein Rage-Modus, wie wir sagen. Der kann dann halt mehr Schaden auspfeilen und mehr Schaden einstecken. Bei Franklin nutzt es sich nicht, das Hits zu zeigen. Und gleich... Ne, jetzt ratet er den nicht mehr. Ne, weil wir gleich da sind. Was genau wär das denn? Das verrate ich jetzt noch nicht. Dann müssen wir uns das glaube ich für die nächste Folge auflegen. Also die Folge ist schon zu Ende? Die Folge ist fertig. Das ist ähnlich. Die Spezialfähigkeit von Franklin ist, dass man beim Autofahren... Nein, 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 wir verraten es nicht. Wie gesagt, nächste Folge. Nächste Folge. Ich wollte gerade sagen, das schieben wir auf die nächste Folge. Ja, wollen wir erst mal heute schon mal sagen... Schon mal... Erst Fazit... Also ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall jetzt eine zweite machen. Warte mal, bleib mal kurz stehen. Nein, nein, wir fahren schieben es erst mal. Ja. Ja, gut. Richtig. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. 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 Ja.